Ein Jüngling liebt ein Mädchen, die hat einen anderen erwählt. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen heiratet aus Ärger, den ersten besten Mann, der ihr in den Weg gelaufen. Der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie just passiert, dem bricht das Herz in zwei. Heinrich Heine